Yo Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf FC Fabio. Damit meine Freunde zu meinem nächsten Matchet Talk Video zu unserem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. Das Spiel wird am 24. August um 20.30 Uhr in Mönchsdorf stattfinden. Ihr könnt das Spiel live auf Sport1 sehen oder eben auf Sky. Damit Flutlicht und Topspiel für unseren 1. FC Köln gegen einen Gegner, den man nicht unterschätzen darf und wo die Tabellensituation aktuell täuscht. Ich habe, wie ihr es kennt, Statistiken und Fakten zur Begegnung Köln-Braunschweig herausgesucht und würde sagen, ohne zu schnacken, schauen wir uns diese einmal im Detail an. Der 1. FC Köln und Eintracht Braunschweig treffen hier zum 53. Mal aufeinander. Hierbei konnte der FC 32 Mal siegen. Es gab 11 Unentschieden und 9 Mal gewann die Eintracht aus Braunschweig. Zuletzt spielte man in der Saison 2012 und 2013 gegeneinander, damals eben auch in der 2. Bundesliga. Dort konnte Eintracht Braunschweig den FC zu Hause mit 1 zu 0 besiegen und das Rückspiel in Köln endete 2 zu 2 unentschieden. Und dieses 2 zu 2 ist eben auch gleichbleibend genau das letzte Mal, wo man sich eben gegenüberstand, nämlich 2 zu 2 im Jahr 2012. Während der FC 3 zu 2 nach Verlängerung gegen Sandhausen im Pokal gewann und damit in die 2. Runde einzog, verlor Eintracht Braunschweig zu Hause 1 zu 4 gegen Eintracht Frankfurt. Und dazu hat man eben in der Liga ebenso beide Spiele verloren. Es war ein 1 zu 5 eben auf Schalke und ein 1 zu 3 zu Hause gegen Magdeburg. Aber zur Braunschweiger Qualität und eben der Tabellensituation werde ich gleich noch einmal im Detail etwas zu sagen. Während der FC zuletzt zweimal eine Führung verspielte, nämlich in Elversberg und auch in Sandhausen, ist es bei Braunschweig so, dass man, sobald man gefühlt ein Gegentor kassiert hat, zumindest in den letzten 3 gespielten Spielen in dieser Saison, da wirkt es so ein bisschen so, als ob die Mannschaft dann in gewisser Art und Weise ein bisschen auseinander bricht. Natürlich als FC-Fan wünscht man sich, dass das in diesem Spiel jetzt auch passiert, aber das ist natürlich aktuell nach 3 Spielen schwer zu sagen, aber das ist so eine kleine Feststellung, die mir zumindest in diesen 3 Spielen so aus der Ferne ein bisschen vorkam. Alle anderen Sachen waren aber Statistiken und Fakten und damit ist es unterm Strich ein traditionsreiches Duell. Ich meine, über 50 Mal ist auf jeden Fall ein Duell, wo man von einer gewissen Tradition und auch einer gewissen Brisanz sprechen kann. Wenn wir von einer gewissen Brisanz sprechen, dann schauen wir uns natürlich auch im Detail mal das herausstechende Personal beim Gegner an und gehen zuerst einmal rein mit dem Player to Watch. Und Player to Watch ist für mich bei Eintracht Braunschweig, Rayan Philippe. Der 23-jährige Franzose kam im Sommer ablösefrei aus der luxemburgischen Liga aus Hesperingen und der Stürmer wurde in Frankreich bei Dijon ausgebildet. Er ist eben auch Franzose und er ist aktuell mit 1,7 Millionen Euro der wertvollste Spieler bei Braunschweig im Kader. Er konnte im Heimspiel gegen Magdeburg auch das Tor für Braunschweig erzielen und er ist ein Stürmer, der mit 1,82 Meter jetzt nicht wirklich so diese Megamaße hat, wo man jetzt so 100 Prozent von diesem bulligen, großen Strafraumstürmer sprechen kann. Aber er ist halt ein Stürmer, der von jedem etwas mitbringt und auch ein Stürmer, der ein gutes Tempo mitbringt und auch immer mal wieder gerne in die freien Räume reinstößt. Ich halte ihn für einen sehr interessanten Spieler. Ich glaube, Braunschweig hat hier ablösefrei einen sehr guten Deal gemacht. Wenn er jetzt bei Braunschweig eine gute Saison spielt, dann konnte er natürlich potenziell für Braunschweig mal eine gute Ablöse generieren. Sein Vertrag läuft bis 2025 mit der Option beidseitig aber eben für noch ein Jahr und ich glaube, es ist ein spannender Spieler, der rein potenziell für Braunschweig eine wichtige Rolle spielen kann. Deshalb habe ich mir persönlich eben Rayan Filippo rausgepickt für den Player to Watch. Vom Player to Watch geht es rüber zum Trainer und Trainer ist seit dem 7. November 2023 Daniel Scherning. Der 40-Jährige arbeitete zuerst nach seiner eigenen aktiven Fußballerkarriere als Scout für Arminia Bielefeld. Daraufhin wurde er Co-Trainer und Cheftrainer der U19 und U21 von Arminia Bielefeld und dann ging es für ihn rüber eben in den Profifußball. Er coachte zuerst den VfL Osnabrück, danach erneut Arminia Bielefeld, aber diesmal die Profis und dann ging es eben Ende 2023 eben zu Eintracht Braunschweig. Dort wurde er in der Vorsaison Tabellen 15. hielt damit in der schweren Saison für Braunschweig die Klasse und auch das ist dieses Jahr das Ziel und da wird es auf jeden Fall spannend zu sehen, wie er denn eben als junger Coach es schafft, in dem so bekanntlich zweiten schweren Jahr Braunschweig dann hoffentlich aus deren Sicht in der Liga zu halten. Er ist ein ganz klarer Dreierketten-Coach, also er hat jetzt in zwei von drei Spielen in einem 3-4-3 spielen lassen. In dem anderen Spiel war es ein 3-5-2. Er ist halt ein Trainer, der klar auf die Dreierkette setzt mit diesen wortwörtlichen Schienenspielern auf dem Flügel, womit man halt immer versucht, in gewisser Art und Weise gegnerorientiert zu verschieben, also anzugreifen, aber dann gegebenenfalls auch, wenn der Gegner mal drückt, eben die Schienenspieler zurückzuziehen und das Ganze dann gegebenenfalls zu einer Fünferkette zu machen. Ihr wisst, es ist im modernen Fußball sehr angesagt, gibt es sehr, sehr viele Mannschaften in Deutschland, aber auch Europa oder sogar weltweit, die das halt eben spielen und das ist genau so seine Philosophie und er hat halt eben auch immer versucht, mit dieser Dreierkette auch über Phasen des Spiels offensiv zu agieren und dann eben der Mannschaft so die Möglichkeiten zu geben, sich Chancen zu erspielen. Das mit den Chancen erspielen hat soweit auch geklappt, nur das Torchancen verwerten ist bei Braunschweig eben das Problem, was wir aber, wie ich ja am Anfang des Videos auch gesagt habe, gleich im Detail noch einmal uns anschauen. In jedem Fall Scherning, für mich ein spannender junger Trainer und da wird es interessant zu sehen, wo für ihn eben der Weg noch hingeht. Wenn wir uns die Ausfälle anschauen, dann muss ich sagen, ist es auf beiden Seiten voraussichtlich, denn es gab jetzt zum Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, noch keine Pressekonferenzen. Es ist so, dass bei Braunschweig auf jeden Fall Tino Casali und Sidi Sané ausfallen. Beide haben einen Kreuzbandriss erlitten, gute Besserung an dieser Stelle und ob es dann noch spontane oder kurzfristige Ausfälle bei Braunschweig gibt, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Beim 1. FC Köln sind es natürlich die Spieler, die schon seit längerer Zeit raus sind, nämlich Luca Kilian, Jakob Christensen, Florian Kainz und mal wieder erneut Mark Uth. Dazu ist es so, dass Erik Martel nach seiner Pokalsperre jetzt eben zurückkehrt und Damon Downs jetzt zuletzt ein bisschen angeschlagen war, aber er konnte wieder trainieren. Also gehe ich davon aus, dass Damon auch für den Samstag einsatzfähig ist. Und das wäre zum Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, nämlich Donnerstagabend der Personalstand, den ich halt eben abgeben kann. Nun geht es rüber zu meiner persönlichen Aufstellung eben für unser Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. Wenn wir es von hinten nach vorne durchgehen, dann steht natürlich Jonas Urbeck im Tor. Jan Thielmann erneut hinten rechts. Ich hatte ja Carstensen mir im Pokal gewünscht, hat Struber aber nicht gemacht. Daher glaube ich, hält er auch weiterhin an Thielmann fest. Hübers und Pauli in der Innenverteidigung, gerade nach der guten Leistung von Pauli im Pokal, muss er meiner Meinung nach spielen. Paccarada hinten links, Erik Martel kommt zurück eben auf der 6er Position. Denis Hussein Basic und eben Linden Meiner auf diesen Halbposition. Und ich habe jetzt einmal Adamian tatsächlich auf der 10 aufgestellt, weil man ja bei Ljubic noch nicht weiß, ist er zum einen fit und zum anderen, wie geht es bei ihm überhaupt weiter? Bleibt er beim FC oder geht er eben? Und im Sturm ist es natürlich Tim Lempalle und eben Damien Downs. Natürlich kann man jetzt sagen, wenn Ljubic dabei ist, dann könnte Ljubic halt eben auf diese 10er Position gehen oder eben Meiner oder Hussein Basic. Und sollte Damien Downs nicht können, dann könnte es natürlich durchaus sein, dass wir halt im Sturm dann hoffentlich nicht Tiggels, irgendwie Dietz oder so sehen. Aber das wäre eben die Formation, wo ich glaube, dass der SFC Köln so in dieses Spiel hereingehen wird. Und abschließend, Freunde, gibt es natürlich mein Fazit und eben mein Tipp. Mein Fazit ist, wir müssen wirklich von der ersten Minute an hellwach sein, weil Eintar Braunschweig hat sich eben im Durchschnitt in den beiden Zweitligaspielen, die es bisher gab, obwohl man beide Spiele verlor, 16 Torschütze erspielt. Das heißt, es ist eine Mannschaft mit Offensivblut. Es ist eine Mannschaft, die dennoch nach vorne geht und eben sein Glück in der Offensive versucht. Und daher muss der SFC Köln eine gute Konterabsicherung haben. Und wir müssen es endlich mal schaffen, in einem verdammten Spiel eiskalt vor dem Tor zu sein. Man braucht vielleicht mal nicht nur eine frühe Führung, wie es auch schon der Fall war. Vielleicht muss man auch wirklich einfach mal, wenn man zwei oder dreimal vorm Tor ist, einfach auch mal alle Dinger direkt reinmachen. So, um den Gegner zu brechen, weil das war ja, was ich gesagt habe, was mir in den bisherigen Braunschweig-Spielen aufgefallen ist, dass die Mannschaft trotz Torchancen, trotz guten Leistungen nach Gegentoren so ein bisschen auseinandergebröckelt ist in einer gewissen Art und Weise. Und ich glaube, dass das halt für den FC ein absoluter Gamechanger sein kann. Man kann wirklich nicht danach gehen, dass Braunschweig mit 0 Punkten Letzter ist und 2 zu 8 Tore hat, weil die Mannschaft ist nicht so schlecht, dass sie 2 zu 8 Tore hat, rein fußballerisch. Und die Tabelle sagt nach zwei Spieltagen noch nichts aus. Für mich, nach zehn Spieltagen kann man mal so darüber reden, wie die Tabelle so aussehen kann und wer sich so langsam in welche Richtung bewegt, aber eben vorher noch eben nicht. Der FC muss, und das hatte ich in der Reaction auf Sandhausen auch gesagt, zu Hause jetzt endlich mal ein Feuerwerk liefern und den Leuten endlich mal beweisen, dass wir nach diesen zwei Jahren Leidenszeit mit scheiß Rückrunde unter Baumgart, kompletter Katastrophensaison letztes Jahr, dass man dann auch wirklich jetzt mal wieder eine Leistung sieht, wo man als FC-Fan mal wieder jubeln kann und einfach glücklich nach Hause geht. Und ich sage euch ganz ehrlich, bei allem Respekt an den Gegner, du musst Eintracht Braunschweig zu Hause besiegen. Das wird kein Selbstläufer, wir haben es so ein bisschen selber in der Hand. Ich will jetzt nicht in jedem Spiel auch nur sagen, es wird schwer, aber was ich auf jeden Fall sagen kann, wir haben es mit unserer Leistung, unserem Auftreten und vor allen Dingen unseren hoffentlich Verwerten von Torchancen selber in der Hand, wie schwierig dieses Spiel wird. Wenn man natürlich in der ersten Halbzeit wieder alles vergibt und dann mit 0-0 oder nur 1-0 in die Halbzeit geht oder sogar nach einem Standard oder einem Konter einkassiert und 0-1 in die Pause geht, dann wird es natürlich wieder schwierig. Aber wenn der FC endlich mal anfängt, Tore zu schießen und sich für die Spielweise, aber vor allem auch den Aufwand und die Torchancen belohnt, dann ist auf jeden Fall alles drin. Und ich glaube, dass der FC das auch machen wird. Ich glaube jetzt nicht, dass wir Braunschweig abschlachten, aber mein persönlicher Tipp für das Spiel ist 3-1. Ich glaube nicht, dass wir zu 0 spielen. Wir werden uns auf jeden Fall einfangen nach Konter oder nach Standard. Aber ich glaube, dass wir in diesem Spiel 3 Tore erzielen und damit die 3 Punkte in Mürnbergsdorf behalten. Und dann haben wir 3 Spiele, 4 Punkte. Dann könnte man noch sagen, ist der Saisonstart für den 1. FC Köln aus meiner Sicht zumindest solide. Daher wäre das mein Tipp. Das wäre mein Fazit und im Gesamten mein Match-Chat-Talk. Ihr könnt mir sehr gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Wie würdet ihr aufstellen? Wie seht ihr den Gegner? Wo muss der FC aufpassen? Wie wichtig würde es sein, seine Chancen zu verwerten? Und was ist eben euer Tipp zum Spiel? Und wo, glaubt ihr, wird der SFC Köln dann eben nach dem Spiel mit 4 Punkten hoffentlich dastehen? Oder vielleicht eurer Meinung nach sogar mit 2? Ich bin gespannt, wie ihr seht. Lasst mir eure Meinung wie immer sehr gerne in den Kommentaren da. Dazu würde ich mich wie immer auch über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo, falls ihr neu seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Was auch immer, ich mache wieder. Euer Fabius raus. Haut da rein. Und ciao.